Heute ist ein großer Game Day. Oh ja. Das darfst du nicht verpassen. Heute habe ich noch ein Spiel. Das Saisonfinale. Also nicht das Finalspiel, sondern halt das letzte Spiel. Das letzte Spiel. Im Finale sind wir nicht. Aber das Spiel hat hohe Stakes. Es könnte nicht kompetitiver sein. Wenn wir verlieren, steigen wir ab. Also es geht um Basketball übrigens, nicht irgendwie um Counter-Strike oder so. Wenn du absteigst, ist es quasi Counter-Strike. Ja, stimmt. Nee, aber wenn wir verlieren, steigen wir auf jeden Fall ab. Wenn wir gewinnen, dann haben wir eine Chance, in der Liga zu bleiben. Weil eine andere Mannschaft ist ähnlich kacke wie wir. Die haben aber zufällig irgendein Spiel gewonnen. Wir halt nicht. Ihr habt kein Spiel gewonnen? Doch, doch. Gegen die haben wir immer gewonnen. Ich glaube, wir haben auch noch ein, zwei andere gewonnen. Also wie ist eure Saisonstatistik? Nicht sehr gut. Ich habe sie nicht im Kopf, aber es ist scheiße. Ach, es ist verdrängt. Ist es so 3-14 oder was? Ja, es ist echt kacke. Wobei man halt sagen muss, also wenn du dir dann mal die Punkte anguckst und halt die Viertel, also Basketball spielst du mal Vierteln, wie halt die Punkteverteilung ist, dann haben wir es halt teilweise auch einfach immer hergegeben. Es gab Spiele, da haben wir geführt mit 18 Punkten bis ins letzte Viertel und dann haben die uns noch besiegt. Wir hatten auch schon, wir hatten Spiele gegen Tabellenführer, Kroatia, Stuttgart. Wir hatten, wir hatten Spiele gegen Tabellenführer, da haben wir mit, also erster Platz in der Tabelle, da haben wir mit fünf Punkten Rückstand verloren. Und es ging die ganze Zeit hin und her, weißt du? Also es ist jetzt nicht so, dass wir viel zu kacke sind für die Liga. Also wenn du Würfel hast gefallen wäre, würdest du aufsteigen? Ja. Nee, aber es war halt, also es war halt legit, also es war halt legit einfach immer mega knapp und es war ein bisschen kacke, aber deshalb hoffe ich auch, dass wir die Liga halten können, weil ich finde nicht, dass wir, also wir sind auf jeden Fall nicht schlecht, so kann man ja auch an der Statistik dann sehen. Ja. Aber, ähm, ja. Ich glaube, wir können es schaffen auf jeden Fall. Okay, geil. Aber spielt ihr heute gegen dieses Bob-Team, die schlecht sind? Nee. Oder spielt ihr gegen ein gutes? Ja, Mittelfeld. Ja, okay. Mittelfeld, also da habe ich früher gespielt in dem Verein. In meiner Jugend. Das war ein persönliches Ziel, weißt du, das wäre so ein Highlight-Video, so. Ja, es würde mir nichts besser gefallen, als mein altes Team, den Grasen fressen zu lassen. Ja, nee, die, 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 die da gespielt haben, die, die, die das bei den Herren spielen, haben da schon gespielt, als ich noch in der U18 war. Ah, natürlich. Aber ich habe ja auch, also ich spiele seit ich elf. Ach, du spielst Herren. Ich spiele Herren. Herren ist ab 18, oder was? Ja, es gibt noch U20, aber ich bin ja auch nicht mehr U20, also ich muss auf jeden Fall Herren spielen. Oh, belassend, oder? Nö. Ist es gut, ist es schlecht? Ist es gut. Hast du den alten Schnitt bei euch im Team? Bei uns im Team ist schon so, wobei wir haben schon zwei sehr alte, das heißt sehr alte, ältere und, also die so, ja, so Familienväter. Aber, ja, was würde ich schätzen als Schnitt? Ich glaube so, vielleicht 27 oder so, 26, 27 als Schnitt so. Ja, okay. Ist okay. Also wir sind eigentlich ein relativ junges Team so in der Liga, weil wir spielen ja eh schon eine relativ niedrige Liga. Aber das heißt, du bist so der Jungspund, du musst das Team auf den Rücken nehmen. Nee, nee, es kommen ja jetzt noch, also es kommen jetzt noch Leute von U18 hoch, die haben auch schon bei uns mittrainiert, die dann mit 18 dann zu uns dazukommen und ich bin auch so nicht der Jüngste da. Ich bin auch nicht der Beste da. Ja, gut, aber es muss sein. Also ich bin, ich bin auch, naja, ich bin ein durchschnittlicher Spieler in der Liga, würde ich sagen und es war aber auch nie meine, meine Ambition oder mein Ziel, ein krasser Basketballer zu sein. Ja. Ich glaube, ich mach's halt. Ich glaube, wenn du ein extrem krasser Basketballer geworden wärst, dann hättest du das auch, glaube ich, früher gemerkt. Ja, musst du ja auch, also musst du gar viel früher merken. Muss ja mit elf merken und so schnell es ist. Genau, und dann diese Ambition halt haben, in diesem Verein zu spielen und so. Ja. Aber da hatte ich halt nie so richtig die Ambitionen dafür, den Antrieb, aber mir macht der Sport halt Spaß so und Bewegung ist gut. Ist ja auch gut. Bewegung ist gut, das sagt mein Arzt. Ja. Und, ähm, genau. Ja. Wie ist das so? Sind da wirklich, sind die wirklich alle so groß wie du? Größer. Ein bisschen kleiner da? Ja, nicht der kleinste, aber ich bin eher, eher klein. Krass. Das heißt, ich bin viel zu klein. Sagen wir mal, ich bin durchschnittlich und dann gibt's halt Leute, die halt schon nochmal deutlich größer sind als ich. Vor allem auf meiner Position, ich spiele als Center direkt unter dem Korb. Und da ist halt wirklich so, dass es, dass da viele sind, die halt in Kopfgröße sind und dann halben nochmal. Aber ist das nicht so blöd, dass du da stehst? Nee, weil ich bin ja, ich bin ja halt, ich bin halt schwer. Ich hab halt Kraft, weißt du, ich drück die halt dann weg. Entsprechend, also ich kämpfe mich halt mit meinem Körper durch. Das ist kein Kontaktsport. Ich drück den weg. Ja, gut. Ja. Kein Kontaktsport im Sinne von Boxen. Ich mein, bei Handball oder so geht's schon deutlich rudimentärer zu, was das angeht. Also so Körperkontakt und so. Ich find auch dieses, also Basketball, das Werfen auch einfach humaner, weißt du. Ich find dieses Handballwerfen ist so ein Schmettern, weißt du. Da hab ich auch, also ich will da, also ich glaub die Torwart, also so einen Ball gegen die Fresse zu bekommen. Das ist kacke. Okay, aber ich glaub, das ist schon relativ unwahrscheinlich. Also ich bin mir sicher, dass jeder von Handballtorraten schon mal einen Ball in die Fresse gekriegt hat. Ich glaub nicht nur einen. Aber ich glaub nicht, dass das so ein Ding ist, dass du jetzt trainigst. Haben die keinen Hing auf oder so? Nee. Ah, stimmt. Das sind ja keine, das sind doch keine Pussis. Das wär cringe. Das ist jetzt nicht wie beim Fußball oder so. Ach, der Fußball ist auch brutal. Aber ich find's im Fußball schwieriger, den Kopf zu treffen. Weil es Tor noch mal größer ist, weißt du. Das stimmt. Aber ich glaub halt, beim Fußball ist halt auch allgemein einfach... Die Grundstimmung ein bisschen luschiger. Ja, ein bisschen. Bisschen. Weil du da halt... Aber Regionalfußball ist noch was anderes. Das stimmt. Das ist eine Kreisliga. Ich glaub, das ist eine ganz andere Liga. Digga, das ist Bürgerkriegszustände. Ja, wahrscheinlich. Da werden alte Konflikte raus, wo die Leute nicht mal geboren waren. Die besaufen sich aber auch vor dem Spiel schon mal ordentlich und dann geht's ab auf den Platz. Und da hab ich halt auch keinen Bock drauf. Wenn wir absteigen, dann steigen wir halt in so eine Liga ab, wo so halt kein Basketball mehr gespielt hat, wo es halt gefühlt einfach nur noch... Fight Club ist. ...draufgehen ist und irgendwie, ich hab's Gefühl, da sind auch richtig viele ältere Leute und die sind die Schlimmsten. Ich weiß nicht, die haben so viel... Die haben so einen richtig unterdrückten Hass irgendwie. Ja. Weil ich hab echt das Gefühl, dass ältere Mannschaften sind viel schlimmer als Junge. Was so diese... Was so eine Arroganz angeht. Gewaltbereitschaft angeht. Arroganz und Gewaltbereitschaft angeht, ist viel, viel krasser, weißt du. Und da geht's dann auch nicht mehr um Sportlichkeit oder sowas. Die tun immer hinter deinem Rücken, wenn der Schiedsrichter nicht guckt, dich so stoßen und die so an deinem Trikot ein bisschen ziehen und so. Digga. Oder die schreien... Oder die, während du gegen die gerade spielst, quasi eins gegen eins sozusagen, dann flüstern die so Beleidigungen und so eine Scheiße. Die flüsten. Ja, die flüstern. Ja gut, ich mein, wenn du im Basketball laut beleidigst, dann kriegst du ja vom Schiedsrichter ein technisches Foul. Ja. Oder wenn du Schiedsrichter beleidigst, kriegst du ein technisches Foul. Du bekommst ein technisches Foul. Die Grammatik war falsch. Technisches Foul. Ja. Was? Ey, was ist nur ein Schiedsrichter? Es gibt ein normales Foul. Das ist Beinstellen. Das wäre unsportlich. Gibt's auch noch unsportliche Fouls. Höh, es gibt drei Foularten? Naja, es gibt, also theoretisch gibt's dann halt, also es gibt die Technischen Fouls, das ist halt so, die kriegst du halt, wenn du verbal ausfällig bist. Ja. Und halt auch wiederholt einfach und nach zwei Technischen Fouls bist du raus, weil du darfst nicht mehr spielen. Krass. Das darfst du dir zweimal erlauben. Und dann gibt's die normalen Fouls, da kannst du fünf Stück von kriegen, bis du raus bist. Ja, aber die kriegst du schnell. Also es ist halt wirklich, wenn du falsch reinlangst oder so. Ah, okay, ja. Oder wenn du einmal auf die Hand klatschst oder so, während er gerade einen Korbleger machst oder so beim Verteidigen. Also es passiert schnell mal. Oder auch, wenn du zu stark in der Offense bist, also wenn du deinen Gegner so richtig wegschießt oder wegschluckst, so. Das ist auch Offense-Fouls. Kannst du auch so zwei Fouls auf einmal bekommen, wenn es radikal war, so? Nein, du kannst einen Foul kriegen und wenn du dich drüber beschwerst, kannst du auch ein technisches hinterherkriegen. Ah, okay, ja gut. Aber du kannst quasi nicht zweimal ein normales bekommen. Oder zweimal ein technisches für eine Aktion. Der hat die Kniescheibe ausgerenkt, dafür kriegt er drei. Du kannst auch ein unsportliches Foul kriegen. Das ist halt so, wenn du keine Chance hattest, an den Ball zu kommen, aber trotzdem quasi dem Gegner ein Bein gestellt hast oder den geschuckt hast oder so. Ja. Da kriegst du ein unsportliches, da darf dann der Gegenspieler, oder die Strafe ist dann... Zurückschlagen. Nee, da darf dann... Ist dann in der Liga eine drunter. Ja, wirklich. Da darfst du dann zweimal auf den Korb werfen von der Freiburg-Linie. Ohne, also ganz ohne Gegenspieler, die dann quasi unten Ball rausfangen können. Und nach den zwei Freiwürfen hat dann die Mannschaft des Gefoulten wieder den Ball. Ach krass. Aber darfst du zweimal werfen und du kannst quasi einmal punkten oder könntest du zweimal punkten? Du darfst zweimal werfen und dann kannst du... Einmal zählt? Also, nee, nee, also du wirst zweimal und dann kriegst du pro Wurf einen Punkt. Ah, also kannst du einen Punkt kriegen. Genau, kannst zwei Punkte kriegen. Also es ist nicht so, dass du... Wenn du einmal triffst, kriegst du einen Punkt, zweimal zwei Punkte. Ja, okay, ja. Es hätte ja auch sein können, dass du quasi zwei Chancen hast zu treffen. Ach so, nee. Und dann halt nur einmal einen Punkt bekommst, oder halt? Ja, nee, also es ist schon einmal werfen, einen Punkt, und wenn du nicht triffst, halt keinen Punkt. Ja, okay. Ja, gut. Aber dann gewinnt ihr heute. Auf jeden Fall. Morgen die Nachricht. Oh, Paul. Ist noch gestiegen. Ja, also ich bin echt mal gespannt, wie es läuft. Es wäre halt echt kacke. Es ist halt halt tagesabhängig, glaube ich, auch, wie die andere Mannschaft drauf ist, aber schauen wir mal. Was heute halt crazy ist, ist das Wetter. Das stimmt. Ich glaube, das ist sowohl die Grundmotivation schon echt gut. Ich meine, du spielst in der Halle, oder? Ja, ja, in der Halle. Junge im Sommer in der Halle. Digga, ist bodenlos, oder? Das ist ein Backofen. Ich habe früher in Eichwald gespielt, und in Eichwald ist die Halle... Ich weiß nicht, wer sich die scheiß Dinger ausdenkt. Ja. Ich weiß nicht, wie kann es eine gute Idee sein, einen riesigen Glaskasten aus einer Halle zu machen? Ja, und dann Sport drin zu halten. Genau, und dann Sport drin zu machen, und dann keine Möglichkeit zu haben, die Fenster zu öffnen. Nee. Diese ganzen Fenster sind fest verbaut. Und auch keine Lüftung einbauen, nichts. Wir hatten legit in dieser Halle um die 40 Grad. Ja. Du konntest dich da nicht bewegen, das war wie alles im Schneckentempo, es ging nicht. Du bist schon reingelaufen und dir lief der Schweiß runter. Einfach, weil das Ding wirklich eine natürliche Sauna war. Ja. Ich verstehe, also das ist so dumm geplant, das komplette Ding. Aber es ist oft bei Sporthallen so. Ich finde es wirklich schlimm. Also ich check's auch einfach nicht. Und dann heißt es auch immer, ja, da können wir jetzt nichts machen irgendwie, weil die Vorhänge können man nur runterlassen, wenn gerade irgendwie Vollmond ist und keine Ahnung. Und die sind gerade kaputt. Genau, die Fenster können wir nicht aufmachen wegen Brandschutzordnung und hier und da. Und dann hast du nicht gesehen. Und dann denke ich mir, wer hat denn diese scheiß Halle geplant? Ja. Versucht es doch natürlich so zu halten, dass das nicht so aufheizt. Richtig. Also ich verstehe, dass man nicht im Dauer so eine riesen Halle runterkühlt mit so Klimaanlagen. Das macht es halt krank. Aber du musst überlegen, der kühlste Punkt ist ja trotzdem unten, weißt du? Ja. Das heißt, wie es da oben in diesen fünf Metern Höhe ist, ist ja noch schlimmer, weißt du? Würde ich gar nicht wissen. Vor allem, ich denke aber auch so, also auch so von so Energiewirtschaftsgründen, weißt du, so müsste, es ist so ein Dach isolieren, das Effektivste, was du in so einem Ding machen kannst. Weil die Außenisolierung ist gut, du hast ja quasi den Innenbereich und drumherum sind ja Gänge und Tribünen oder Umkleiden. Das heißt, du hast ja zur Außenseite meistens mindestens zwei Wände, bevor die Außenwand kommt, weißt du? Mal nur eine, klar. Aber das sind ja tragende Wände, das heißt, die sind stabil, die sind wahrscheinlich auch okay isoliert. Aber über die Decke verlierst du ja so viel Wärme, beziehungsweise im Sommer Hitze. Die zu isolieren, ist doch eigentlich auch so umwelttechnisch das Sinnvollste, was du machen kannst, oder? Ja, ich finde, also ich verstehe es nicht, wer diese Hallen plant, also wirklich. Weil, also, die sind ja immer ähnlich aufgebaut und irgendwie müssen die ja einen Sinn haben, aber, also, Energie-Technisch im Sommer finde ich es furchtbar. Ja. Also, es macht da überhaupt keinen Spaß. Da spiele ich sogar lieber draußen abends. Die Dinger zu heizen, ist ja auch unmöglich. Ja. Gleicher Punkt wieder, weißt du? Ja, weil du, weil wenn es scheiß isoliert ist, dann ist es halt auch in Winterkacke. Ja. Fuß vor in Heizung. Wäre gar nicht blöd. Ja. Weil auch Heizkörperflächen, weil die kannst du ja nur am Rand aufbauen. Heizkörper. Stimmt. Ich weiß, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die Dinger geheizt werden. Ob sie überhaupt geheizt werden. Ja, das schon, aber. Also, wie, keine Ahnung. Gute Frage, ne? Anyway. Ja.